alter ich höre nur so auf einmal vor meinem bild bleibt die granate liegen so yeah komm wir machen jetzt messer frei arsch kein bock auf fight also c4 fight machen hier nimmt c4 und das zu fahren und dann packen uns die gegenseitig beim fahren an haust du ab mein gott kommen wir nehmen uns all den fahrzeug c4 und packen wir besser kommt man wie messern hier voll fair und er kommt mit granatwerfer ich hab keinen schaden bekommen ist vorbei komm wir messern ihn ok hast du gelitten Geld noch sehr gut also ich hab völlig geile idee nein scheiß hat er es gesehen nicht gesehen gehört echt ja piep 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 so mein gott ich penetriere mal zivilisten fix oi 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 fix da hal bro Alter instrui hol mal so ich Held 7 2 1 2 1 2 25 4 7 Ich wollte ihn leeren und dich töten mit meinem Messer. Ja, Granate in Autos ist klar, Kollege. Nein, hör auf. Was hast du denn für eine Scheißwaffe? Alter. 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 Ja! Erwischt! Das war das Skill. Von mir. Das ist das Skill von mir an dir. Ja. Alter. Oh, oh. Ho, ho. Boah. Boah. Schwul. Aber richtig. Oh mein Scheiß-Bulle. What? Spawn-Rapen oder was? Boah. Die Bullen schießen auf mich. Boah. Ja, jetzt kommen sie mit Schrot finden. Alter, was macht ihr da? Kann ich aber nicht mehr. Epic Fight. Geh weg mit deinem Pistol, Mann. war die Bullen umgehebeln Bokas die Bulle hat sich mich gerade angekündigt ist tot umgekippt und seine Hässlichkeit nicht ertrachten wo die erste Schuhe drauf gibt was er ist und das wusste ich gar nicht ich hab immer noch Pistole Leute schießen meiner Macht nix mehr richtig gemäßt haben wo ich mit haben das ist Loll Ach geil Geil Mann Jetzt hat der Heli der Momo Wie die Bullen aus was? Ich glaube irgendwie das die Schott kann besser als ein Heli ist Jaaa Wie hab ich dich denn da? Wie hab ich dich denn da? Bist du unter mir geflogen oder was? Jaa Das ist verkackt weil ich vergraben Dauerbeschuss Also ich hab dauerhaft geschossen Alter Komm her ich hab nur 3 Schuss Okay Du bist gestorben gut Ähm Problem Bullen schießen auf mich Stemmer mach mal kurz auf eine Pause und stell mal andere Waffen zu beginnen Mach mal Friendly Fire und das mit den Rocket Launchern Nö Gibt's ja nicht in EFLC Spreller und nein Aber schießen die Bullen auf mich Verwiss Jaaa Penetrier mich noch mehr Ah Klickse Haa Jetzt fühl ich mich gut Ja Na Na Scheiße Geh weg Alter Jaa Jaa Und er sagt ich bin behindert Jaaa Klar Jetzt fängt's wieder an wie zu Beginn ey Dauerpenetrierungen Dauerdummheit Na klar doch Und ich hab noch Full Life Mal Was rennst du in meinen Schuss rein? Ich wollte ihn abschießen Ich renne da rein weil ich dich messern wollte Pech 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 Scheiß Bullen. Oh. Krass. Das war ich mit meiner Bazooka. Also mit der Schrotflinte. Waaah der Affe ist im Heli. Scheiße darf er nicht sein. Immer diese Bullen. Immer diese Affe. Nein. Da sind doch uns beiden her. Hör auf. Danke. Echt. Super. Das macht nix. Ich kann das noch retten. Ich bombe jetzt im Zisch. Alter hast du doch mehr aus. Wo schießt du hin? Er will mich treffen. Er trifft nicht weil er schlecht ist. Gibt's irgendwo ne Sniper? Äh ja. Explosiv Sniper Hammer. Ja die hol sich mir jetzt. Und da gibt's voll aufs Maul. Hm. Granatwerfer. Da. Okay. Okay. Was? Dabei hat mich das Flugzeug grad so was mit geschliffen ey. Ja. Der Affe erwischte den anderen Affen. Oh nein. Was geht denn hier ab? Der Affe. Ich penetriere Sim. Ich penetriere Sim. Fuck. Da trifft er mal einmal. So. Ja. Ja klar. Oho. Geil. Hä. Überhaupt nicht gestört. Wieso muss auch die scheiß Sniper so offen liegen? Mann. Immer offen. Gott sei Dank. Aber nicht die Schrotflitte. So gestört. Mein Gott. Boah. Bist du gestört? Was. Was hielt dann mit? Na United. überhaupt nicht. Gelitten. Ja alter ich spawnen direkt wingsparaget noch nicht. Bestimmt aber nicht. Nein ist immer wieder mit. Der Polizist hat äh das spelled-laut. Alter wie die direkt ausrasten. Oho. Endlich wieder Heide. ich will sehen wie ihr mich mit was wir machen jetzt immer nur einer ist im Heli die anderen müssen mit Waffen runter holen der Affe darf leider schießen wo es gibt und jetzt kommt der Affe wieder aha Messermüsse ist ja ätzend ah du hast verkackt endlich hab nur so getan wie ist der Affe tot ja klar maa also ich wär dafür auf zu hören wir nehmen schon zu lange auf was man im festplatz nicht mit macht er wenn er das auf wird gleich die explodiert gleich die pp die blinkt schon das eine licht blinkt schon mein Gott ja dann du musst ansagen ist deine aufnahme ja ja warte ha ich hab ihn getötet und damals beendet ihr während ich auch die aufnahme ok dann hoffentlich tötet der mich nicht okay er tötet mich okay ich will sagen dank fürs zusehen gucken ob die Hongs wenn wir jetzt mal wieder mitmachen nein ja so geht das doch nicht egal ich will sagen wir fürs zusehen und bis zum nächsten mal tschüss tschüss